Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Gas Station Simulator. Ja, ich hatte die Tankstelle geschlossen gehabt, weil ich habe die Tankstelle jetzt ein bisschen verschönert. Ja, ich habe die... ja, jetzt sieht man es im Dunkeln natürlich nicht. Hmm, aber ich habe auch diesmal hier meine Werkstatt gestrichen. Schaut mal, von innen und außen sieht das nicht schön aus. Ne, so passt mal auf und von innen habe ich auch noch ein bisschen umgebaut und auch gestrichen natürlich, aber diesmal im Blau. Ja, da habe ich jetzt die Auto... Zubehörsachen, keine Ahnung. Hier habe ich jetzt Brille und Tüte und hier habe ich jetzt die Zeitungen hingestellt. Alkohol steht jetzt hier. Ja, und ich habe mir gedacht, weil es gibt ja noch irgendwie Donuts oder sowas und Teddybären und also Spielzeug und noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Und das soll dann halt hier in die Ecke kommen. Ja, das wird dann sozusagen eine Spielecke. Ähm, so, ich habe jetzt Kraftstoff 1. Äh, so, wartet, wartet, wartet. Jetzt muss ich wieder Geld verdienen, weil ich habe jetzt mein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe nämlich auch hier ein bisschen nachgefüllt natürlich. Achso, äh, was hast du denn? Batterie und zwei Spiegel. Okay. Äh, Batterie und zwei Spiegel. Machen wir erstmal die Spiegel. Los geht's. Spiegel Nummer 1. Das mache ich gut, ne, Mister? Das mache ich sehr gut, ich weiß. So, und Batterie war gewesen. Batterien waren sehr teuer, deswegen habe ich keine gekauft. Aber Reifen war im Angebot. So. Einmal raus mit dem alten Scheißteil. Das muss ja jetzt auch wieder richtig gut in Saug werden, ne? So. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Kein Problem. Habe ich doch gern getut. So, jetzt haben wir hier wieder was zum tanken. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann dieser Bus kommt. Solange würde ich noch gerne warten mit, ähm, mit meinen Angestellten. Denn einer muss putzen, der andere muss an die Kasse. Bitte schön, bitte schön. Gott, hier sieht es wieder aus. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist, ähm, zu streichen im, 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 auf der Toilette. Das wollte ich aber dann mit euch zusammen machen. Genauso auch wie die neuen Regale kaufen, ne? Das macht man dann alles zusammen. Aber ich denke jetzt hier nur Streicharbeiten sich anzugucken, ist ja auch nicht die Erfüllung für euch. Habt du auch einen schönen Tag? Ja, du hast Eis gewollt und ich, Depp, hab dir es nicht nachgefüllt. Jetzt wird da sich, keine Ahnung, ein Bier oder so, eine Brille. So, einmal rein da. Huch! Sag mal, wie viel Brillen brauchst du denn? Naja, okay, du trägst anscheinend auch gerne Brillen, ne? Bitteschön, bitteschön. Sehr gern. So, Kraftstoff trägt auch schon wieder jemand. Was ist das denn für eine Zeitung? Ah, egal. Ein Wikingerhut, ja? Hey, wehe, meine Kombos jetzt im Arsch. Ah ja, ich hab das sowieso in der letzten Folge versaut, also von daher. Bitteschön. Hast du dir die Hütte für die Kinder gekauft, ne? Mann, die kauft mir jetzt die ganzen Hüte wieder leer. Aber die scheinen an gut zu gehen. Okay. Dieser Büchsenhut, der war im Angebot. Bitteschön, bitteschön. Ja, du bist bestimmt auch ein Gamer oder so, ne? Du brauchst das. Oha. Nein! Ich hab's nicht gescannt. Und alles nur, weil ich mit meiner blöden Schulter nicht so rüberzwitschen kann. Ich mein... Ja, ist ja in Ordnung, ey. Sei doch froh. Ja. Fanny, das ist nicht dein Tag heute. Du solltest in Urlaub gehen. So, Werkstatt ist auch schon wieder mal jemand. Eigentlich nicht schlecht. Äh. So, Dankeschön, Dankeschön. Du machst auch einen Great Job. Wow, super. Sehr gern, sehr gern. So, jetzt geh ich nochmal in die Werkstatt. Hallo. So, wisst ihr, was mir hier noch aufgefallen ist? Da oben steht drei. Also, wir würden da drei Sachen haben, was gemacht werden muss. Aber ich sehe jetzt erstmal nur zwei. Zwei Reifen. Hm. Wer weiß, wer weiß, was ich da noch machen muss. Okay. So, nächste Reifen. Gott, Tankstall ist wieder so schmutzig. So, erstmal, ihr wisst. Ich muss immer hier aufräumen, ne? Sonst vergesse ich das. So, was hast denn du jetzt noch für ein Problem? Zeige mir. Achso, Zündkerze. Ah, davon habe ich leider auch nicht mehr so viele. Achso. Ah. Moment. So. Na, komm schon. Die waren nämlich auch sehr teuer gewesen. Muss ich mal abwarten, bis sie mitternacht. Ich muss unbedingt welche nachbestellen. So, einmal rauf da. Na klar, gerne, gerne. Tschüss. So, jetzt könnt ihr euch das mal angucken. Das ist so ein hässliches Grün. Aber man konnte auch die Tore streichen. Voll cool, eigentlich. Ja, das Dach habe ich hier so in rötlich gemacht und die Tankstelle selber halt in grau. Huch. So. Ich dachte, so läuft's. Have a nice day. So, Kasse sind vier. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie lange warten denn, ich wollte jetzt schon fast sagen, Patienten, ähm, die Kunden an der Kasse. Hatte schon mal jemand ausprobiert? Entschuldigung, dass ich zwischen deine Beine fingen musste. Geht mal beiseite, danke. Ihr wollt ja eine saubere Tankstelle, ne? Also, müsst ihr jetzt leider ein bisschen warten. Ah, wieder festgedingstbummst. Das wurde also noch nicht gefixt. So, äh, Kraftstoff zwei wartet. Ich mach mal schnell die noch. Bitteschön, bitteschön. So, ich versuche jetzt auch tatsächlich mal, ähm, erst mal meinen Kredit hier loszuwerden, bevor ich diese Regale hole. Ein bisschen Wein darf es sein. Ja, sehr gern, sehr gern. Schon wieder Kraftstoff. Kurz und knackig. Wow. Natürlich. Hast schicke Schuhe an. Schwarz mit Türkis. Gerne, 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 gerne. So, und noch drei hier an der Kasse. Bitteschön, bitteschön. Habe ich gern gemacht. Nur für dich, nur für dich. Schon wieder Werkstatt. Warte, ich mach jetzt nur noch diesen Kunden hier und dann mach ich schnell Kraftstoff. So, wartet, 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 wartet. Kraftstoff. Ja, war zuerst. Keine Ahnung. Bitteschön, bitteschön. So, dann bocke ich den mal schnell hoch. Ach, Quatsch, ich mach den schnell. Was soll der Geiz, ha? So, viel, viel Aufgaben. Zwei. Ups, Entschuldigung. Okay, Öl und, ähm, Spiegel. Gut, 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 gut. Ich hab halt keine Spiegel mehr, verdammt. Ach so, Spiegel. Ach komm, schon mit dem Spiegel hättest du aber noch fahren können. So, Öl. Nehmen wir erstmal den da unten. Perfekt. 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 Nein. So. Entschuldigung, Officer. Dass sie warten mussten. Bitteschön, bitteschön. Ich glaub, den Müll muss ich auch gleich leer machen. Gut, hier ist nichts. Irgendwie hänge ich hier. Warum? Ach so, keine Ahnung. Weil ich mich einfach wieder zum Bild angestellt hab. Gut, so viel dazu. So viel dazu. Oh, zehn Artikel, Leute, ey. Kaufen wir ja wieder den ganzen Laden da, bevor der Bus kommt. Und ich glaube, da kommt jetzt auch die Nacht, ne? So, wieder schön sauber machen. Ach, äh, 8 Dollar 80. Okay, da sind wir ja doch günstig in Deutschland. Oh, weia. Obwohl, es kann ja eine dicke Schachtel sein, ne? Diese größten da. Ne, obwohl die kosten, glaub ich, mehr, ne? Ich glaube, ne, uch, ich glaube, ne Kollegin zahlt so, weiß nicht, 11 Euro oder so für ne Schachtel. So ne, so ne richtig fette. Jo, jo, wartet, ich muss kurz Kraftstoff machen, sonst fallen die mir hier weg und das möchte ich nicht. Ja, 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 du sagst es. So. Ah! Entschuldigung, ja, du musst es jetzt... Oh, fuck. Ich hab mich grad ablenken lassen. So, Werkstatt schon wieder. Äh, Werk-Stadt. Was hab ich denn grad gesagt? Das möchte ich lieber nicht wissen. So. Dann lass mal gucken. Vier Sachen. Sieht das jetzt richtig? Tatsächlich. Vier Sachen. Zwei Reifen, Öl und Spiegel. Okay, dann machen wir erstmal den Spiegel. Oh nein. Moment. War hier nicht auch... Ja, hier war doch auch ein Computer. Ähm. Ich wollte mal gucken, was... Ob... 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 Oh ja. Oh ja. So, dann machen wir nochmal Reifen. Batterie ist noch teuer. Oh, Zimtkerzen. Coole Sache. Oh nein, so teuer. Egal. Ich muss es ja haben. Ich muss es ja haben. So, äh, Reifen, ne, Baby? Reifen. Wo denn? Da. Ich komme wieder zu meinen Kredit abzuzahlen. So. Ich glaube, es waren aber zwei Reifen. Jetzt, bitte. Lass es... Ja, da ist noch einer. Der ist kaputt. Wunderbar, wunderbar. So, ich muss gleich meine Liebung annehmen. So. Äh, Reifen. Reifen. Und jetzt war noch... Öl? War das Öl? Ja, war Öl, war Öl. Okay. So. Einmal Öl. Da bist du. Dankeschön, Dankeschön. Habe ich gern gemacht. So. Oh, Kraftstoff wieder. Muss ich wahrscheinlich auch gleich nachbestellen. Sonst wird der auch knapp. An der Kasse sind schon sechs Leute. Hm. Tja, jetzt habe ich meine Genauigkeitspunkte auch verkackt in Sachen Tanken. Nur weil ich das gelesen hatte gerade und dann, naja, dabei zu viel. Na, ist egal. Wahrscheinlich kriege ich sowieso keine... Boni darauf. Boah, ich habe so viel bestellt und nur einen Karton. Ich war schneller, als du ausgestiegen bist, wa? So, Sir, fahren sie. Auf Wieder, tschüss. So, jetzt muss ich Kasse machen. Einmal die Kasse. Oh Gott, wartet, ich sehe gerade was. Meine schäbige Toilette mal machen hier. So. Was sagt der Müll? Der Müllsack ist auch wieder voll. Ja, ja, ja. So, lasse ich jetzt aber erstmal liegen. Elf Produkte. Mann, 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 Mann. Ihr wacht mich echt arm, ey. Naja, gut, stimmt jetzt auch wieder nicht. Durch die verdiene ich ja mein Geld. Jo, baby, jo. Ja, sehr gern, sehr gern. So. Zwölf Artikel. Boah. Okay, aber nur eigentlich ungesunde Sachen. Na, wobei, ich biete ja sowieso nur ungesunde Sachen an, oder? Ah. Bitteschön, bitteschön. So, nächste bitte. Bergstadt ist auch wieder jemand. Mache ich noch schnell die Kundin hier fertig. Sehr gern, sehr gern, sehr gern. So, wartet. Erstmal schnell noch hier. Oh Gott, ich muss unbedingt Benzin bestellen. Nur nicht vergessen, Fanny. Nur nicht vergessen. Ja, hab du auch einen schönen Tag. Sehr gern. Ja, Gesamtgenauigkeitspunkte. Habe ich jetzt nur noch vier. Naja, egal. So. Achso, ich wollte gerade sagen, null? Was? Was? Steht da jetzt? Zwei. Okay, gut. Gut, 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 gut. Kann ja nicht so schwer werden. Okay, Partybus kommt. Angestellte. Riccardo. Aufgabenliste. Kasse. Und du wirst... Reinigen. So, meine Lieben. Da kommen sie auch schon, meine Bein. Helferschieren. So, der Bus ist da. Wunderbar, wunderbar. So, da kann ich mich jetzt um die Werkstatt kümmern. Hallo, Jungs. Hallo. Achso. Zwei Sachen waren es, ja? Spiegel und Reifen. Okay. Okay. Achso. Hatte ich nicht. Achso, den habe ich ja schon angenommen. Ich depp. So. Und dann nochmal die Zündkerzen nachfüllen. Ah, sehr schön. So, was war das jetzt gewesen? Spiegel und Reifen, ja? Dann nehmen wir jetzt mal die hinteren hier. So. Sehr gut. Ach, guckt mal, wie voll meine Reifen jetzt sind. Also, ich glaube, meine Werkstatt läuft am besten. Sehr gern, sehr gern, sehr gern, sehr gern. Oh. Muss ich mitnehmen. Muss ich mitnehmen, muss ich mitnehmen. So, da muss ich auf jeden Fall Benzin bestellen. So, Lieferung. Kraftstoff. 1.150. Wartet, nein, 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 nein. Ich warte keine 700. Mache ich erst mal nur 200. Sehr gern, sehr gern. So, na, soll ich dir mal ein bisschen helfen? Kommst da gar nicht hinterher, du armer Kerl. So, hier ist alles gut? Ja. So, dann gucke ich mal, ob ich noch etwas auffüllen kann. Keine Produkte mehr. Keine Produkte mehr. Naja, dann habe ich hier auch nichts, okay. Keine Produkte mehr. Gut. In Ordnung. Keine Produkte mehr. Und Kippen habe ich wahrscheinlich auch nicht. Ach, doch. Wie gesagt, ich helfe mal den armen Kerl. Oh, der Bus ist weg. Alles Klärchen, alles Klärchen. Sehr schön, sehr schön. Oh, Kraftstoff. Ja, ja, ja. Wartet. Da war ja was. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. So. Okay. Gut, meine Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. All a big Joe. Hi, mein guter. Na? Sagt auch auf Wiedersehen zu euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.